Wir sind hier in Düsseldorf beim BB-Cream-Casting für den neuen TV-Spot. Für mich ist es das erste Mal heute hier in so einer Umgebung, auch im Casting, das ist das erste, was ich mache, habe da überhaupt keine Erfahrung, aber ich freue mich trotzdem riesig. Ich bin hier beim Casting, weil ich sehr überzeugt bin von der Marke, allgemein und weil Garnier es immer wieder schafft, egal wie viele Zähne meine kleine Tochter nachts kriegt, dass es mich immer wieder strahlen lässt am Morgen. Ehrlich gesagt habe ich gar nicht damit gerechnet, hier zu sein. Ich habe bei dem Produkttest mitgemacht, weil ich das Produkt unbedingt ausprobieren wollte, die BB-Cream, und habe dann aus Spaß mein Foto mal hochgeladen und war ziemlich überrascht, dass ich dann eingeladen wurde und habe mich natürlich sehr gefreut. Als ich die BB-Cream zum Testen bekommen habe, habe ich sie direkt ausprobiert und ja, es hat nicht so geklebt, wie wenn man jetzt irgendwie Make-up auf hat und es ist auch direkt schön eingezogen und das war super. Und jetzt nutze ich sie jeden Tag, so gut es geht und fühle mich wohl damit. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Garnier ja für Natürlichkeit steht und dass ich das ganz gut repräsentieren kann. Man kann nie wissen, was einen genau erwartet bei so einem Casting. Ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht und war ganz interessant einfach mal so auch hinter die Kulissen zu gucken, wie das da so abgeht. Und ja, war aber ganz, war ganz angenehm. Ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht und war ganz angenehm. Miralese-Geräusche Gibberlin 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 Vielen Dank.